Bei uns beim Training, wie ihr seht, wir haben viele Flexi-Geschichten. Ihr müsst nicht von Anfang an super Flexi sein, das sind die wenigsten Leute, sondern mit uns zusammen lernt ihr einfach ein bisschen mehr Bewegung in euer Leben zu bringen, ein bisschen mehr tiefer durchzuatmen, wie beim Flexi-Flow. Schön ist auch, wenn wir so ästhetische Geschichten machen, wie Hub und Zirk, das verbindet einfach Körperspannung und Flexibilität und Atmung, alles zusammen. Beim Poledance ist einfach das Wunderschöne, es verbindet Sport, Tanz und einfach den Spaß mit anderen Mädels. Das ist einfach ein richtig schönes, tolles Workout. Und bei normalen Tanzgeschichten geht es halt darum, mit den anderen zusammen was Cooles auf die Beine zu stellen. Also es geht mehr um den Spaß des Ganzen und sich selber einfach ein bisschen mehr zu fördern und auch sich selber was zu machen. Es geht bei uns nie darum, sich mit anderen zu vergleichen, auch wenn wir auf Wettbewerbe gehen, aber es geht immer um dich und dein bestes Ziel aus dir herauszuholen.